Heute war richtig viel Sport angesagt. Vormittag. Und wenn ich jetzt mal so Luft hole oder husten, tut mir die einer Seite, wo die Narbe ist, die geht hier bis hier hinter. Das tut mir dann, wenn der Kopf sagt, ich bin gesund und wenn du dann was machst, da war ja was. So, genug gelabert. Heute früh war ich ganz alleine frühstücken. Wir mussten ganz oder ich musste ganzzeitig raus wegen Frühsporten. Da habe ich mir überlegt, was mache ich? Nach dem Frühstück? Frühsport oder vor dem Frühstück? Dann habe ich mir angeguckt, was alles danach kommt. Hätte ich auch keine Zeit gehabt zum Frühstücken. Also vor dem Frühstück. Nee. Ich habe gefrühstückt und dann bin ich zum Sport gegangen. So, hier seht ihr mal ein Bild. Da war ich ganz alleine. Da waren zwar noch ein Mann da, aber da saß, da sind jetzt mal so drei Räume oder drei Seele und ich saß da alleine. Ja, 276 Mann oder so passen hier rein. Schon komisch, wenn der alleine frühstückt, aber egal. So, was ist noch passiert? Achso. Endlich hat es Spotify geschafft, meinen Song hochzuladen. Äh, zeige ich euch auch hier. Auf Platz eins in den Charts eingestiegen. Nee, war Spaß. Das ist einfach nur bei Spotify das Lied, Boote ohne Segel. Aber eines habe ich Bock drauf. Wenn ich hier wiederkomme von der Real, dann wird Musik gemacht. Ich habe richtig Bock drauf. Jetzt kann ich auch die Gitarre bestimmt halten und so. Also ich fühle mich richtig knorke, wie die in Berlin sagen. Apro Berlin. Die Post war da. Ich habe gestern im Briefkasten geguckt und ich habe eigentlich gar nicht mehr daran gedacht. Ich habe eigentlich nur noch an meine Briefen gesagt, was Tabletten nehmen und meinen Plan, was ich alles machen muss. Auf immer sehe ich Postkarten. Und die Frau hat mich angeguckt, ähm, von der Rezeption. Ähm, warum? Hat sie gefragt. Wunderbar, ganz schön viele Postkarten auf allen Schlag. Sag ich, ja, was sollte ich jetzt dazu sagen? Ähm, ja. Fangen wir mal an. Eine Karte, wie gesagt, aus Berlin. Aus Berlin. Ähm, die Karte kommt von, von Katrin. Ähm, ich, also sonnige Grüße aus der Hauptstadt. Ähm, verfolge dich auf YouTube. Und dann kommt was, was ich wahrscheinlich nicht, äh, äh, erzählen sollte. Oder weiß ich nicht, ob ich es darf. Ich mache es jedenfalls nicht. So kommen private Sachen vom, von ihren Mann. Was hat auch eine, äh, Transplantation. Ich weiß nicht. Ich lasse es lieber sein. Nicht, dass ich ihr Ärger kriege und dass ich ihr Privates vorlese. Aber sie wünscht mir gute Genesung. Äh, und zum Schluss schreibt sie, dein Fan aus Berlin. Ich komme vor wie ein Popstar. Aber man muss sagen, schöne Schrifttaste. Kann man alles vernünftig lesen. Nicht so wie meine. Danke, danke, danke. Katrin. Katrin mit H. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass eine andere Katrin sich freut. Danke, danke, danke. Ich habe mich mega gefreut. Überhaupt das überhaupt. Ich habe fahrmäßig geschrieben. Ist das nicht geil? So. Dann kommen wir zu einer anderen Karte. Ist das richtig so? Ähm, die kommt von Lisa La. Schick, ne? Und wenn wir schon in Berlin sind, kommt gleich die größte Stadt dazu. München. Herzliche Grüße aus dem verregneten München. Tja, warum machst du denn sowas? Alles Gute und schnelle Genesung und Erholung wünscht dir Lisa. Lisa La. Danke, danke, Lisa. Komme ich schon durcheinander mit meiner La La. Ja. Ne, jetzt hat es bei uns auch angefangen mit regnen. Sollte aber heute nicht regnen. Komisch. Kennt ihr das? Wenn die mal ansagen. Morgen Regen, dann scheint die Sonne. Und wenn sie sagen Sonnenschein, dann Regen jetzt. Danke, danke, Lisa. Ich habe mich riesig gefreut. Diese Postkarten kommen natürlich dann, äh, würde ich mir so eine Ecke bauen zu Hause. So eine Fan-Ecke vielleicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt noch Post. Da muss ich was dazu sagen. T4 Liebe. Äh, das ist die liebe Heike. Müsst ihr mal gucken bei YouTube. T4 Liebe. Äh, ich kenne Heike schon lange. Sie fährt immer mit dem T4. Kein Wunder, ne? Ist ja klar. T4 Heike. Äh, durch Deutschland und sogar noch drüber weg. Und macht, äh, hat einen YouTube-Kanal und macht ab und zu mal, äh, was heißt ab und zu? Das macht sie eigentlich immer bei YouTube. Dann, äh, Vlogs, wo sie überall hingefahren ist und so. Und ich hoffe, Heike, dass du endlich mal nach Hamburg, beziehungsweise nach Glückstadt kommst, weil wir hätten einen Stellplatz für dich, Starkstromanschluss, Essen, Kaffee, Kuchen, alles, was du möchtest. Wenn du mal Bock hast, aber nur, wenn du Bock hast, ne? Kannst du bei uns mal vorbeikommen, Heike. Heike, Heike Fetz. Wo ist der Briefchen von Heike? Ja. Hallo, lieber Lutz. Hier mal einen schnellen Gruß aus Rogetz. Ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt. Direkt an der Elbe. Siehst du denn? Was muss ich Elbe hochfahren? Was muss ich den Navigern nicht anmachen? Musst aber auf der Seite bleiben, sonst kommst du und guckst Hafen raus. Nach meiner Berechnung. Ich freue mich, dass du so tolle Fortschritte machst. Denk, mit der Zeit wirst es immer besser. Ich muss meine Brille aufsetzen. Es tut mir leid. Ich wollte das ganz cool so vorlesen, aber ich muss meine Brille aufsetzen. Ich freue mich, dass du so tolle Fortschritte machst. Ich denke, mit der Zeit wird alles besser. Das hoffe ich auch. Einfach weiter so. Grüße, Heike von T4 Liebe. Merkt euch das. Geht mal auf den Kanal, aber jetzt noch nicht. Ich habe noch was zu erzählen. Danach geht er mal T4 Liebe auf YouTube. Das ist Heike. Heike Fetzt. Dann hat sie mir aber noch einen Aufkleber mitgegeben. Von ihren T4. Spiegelt so, so ist es besser. Ich muss nur aufstehen. Und sie hofft, dass er einen schönen Platz bekommt. Dieser Aufkleber bekommt einen schönen Platz. Das sage ich dir. Dann mache ich dir noch ein Foto. Eigentlich wollte ich dir gestern schon eine WhatsApp-Nachricht schicken. Aber das war wieder so anstrengend gestern. Und heute natürlich auch Vormittag. Also schlafen habe ich kein Problem, außer der komische Vollmond. Aber Schlafprobleme habe ich sonst hier nicht. Das kann ich euch sagen. Ja, das war es eigentlich schon für den Freitag. Genau. Freitag haben wir zu Hause uns immer was bestellt. Das vermisse ich ein bisschen. Manchmal eine Pizza. Manchmal beim Griechen was. Ja, vielleicht mache ich das heute mal. Pizza durfte ich essen. Ist alles schön verbrannt. Die Salami. Aber es muss ja nicht sein, ne? Doch, das muss auch mal sein. Okay. Ich labere schon wieder Blödsinn. Das war es. Ich bedanke mich nochmal echt für die Karten. Das hat riesen Spaß gemacht. Es war voller Vorfreude. Ich musste Sport machen und bin dann abends noch in den Briefkasten gegangen. Dann bin ich aber gleich hoch gerannt und wollte lesen. Und dann hat das Telefon geklingelt und das und hier. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich will doch die Karten lesen. Aber das habe ich mir nicht getraut zu sagen. Oh, tut schon wieder weh. Wenn ich aufstoße, tut das auch weh. Und der Hydrojet hatte ich heute nochmal gehabt. Also heute ging es ein bisschen besser. Ich habe gesagt, die sollen den Druck nicht so hoch machen. Haben sie gestaunt. Sag ich, ja, ich sehe zwar aus wie ein Mann. Aber mit meinem Kinderkörper tut das weh, habe ich gesagt. Und dann haben sie auf zwei runtergestellt. Ist das der Druck? Ich habe keine Ahnung. Der Druck. Zwei Bar. Das ist auch ganz schön viel. Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst es, glaube ich, dann könnt ihr mir das unten reinschreiben. Zwei, ist das dann der Druck? Zwei Bar? Oder ist das einfach nur ein Regler, wo man da einstellt? Zwei. Weil vorher war ich bei 2,5. Und zwei ist in Ordnung. Das geht ja bis vier, habe ich gefragt. Ich glaube, da würde das Wasser hier wieder rausschießen. Bei mir, ohne meine Arme so wegfliegen. Ach, hier geht schon wieder blödes Zeug. Bis morgen. Tschüssi Kowski. Wir sehen uns. Zwei Freundinnen. Ja. Und noch eine dritte Person. Stehen im Fahrstuhl. Leider. Ist der stecken geblieben. Und dann ruft die eine Hilfe. Hilfe. Und dann ruft die andere auch Hilfe. Und dann sagt die dritte, lasst uns zusammen rufen. Dann sind wir lauter. Zusammen. 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 Ha. Ja. Ja. Mal. Ja... Untertitelung des ZDF, 2020